Die sieben Kerne-Emotionen des Mannseins bei Trennungsschmerzen. Ich weiß, das tut weh. Sie hat dich verlassen und du hast dieses Gefühl in dir. Und da ist Wut vielleicht, da ist Trauer. Da ist Scham. Da sind so viele Dinge und du kannst, was ist das überhaupt? Und wie gehe ich damit um? Das erfährst du in diesem Video. In den sieben Kerne-Emotionen. Und eine wichtige Sache vorab, bevor wir die einzelnen Emotionen durchgehen. Ich mache dieses Video explizit für Männer. Weil es gibt so viele schöne Videos da draußen über Trennungsschmerzen und wie gehe ich dabei um. Und sie beleuchten sehr, sehr stark die weibliche Art und Weise. Doch wir Männer schämen uns häufig für unsere Emotionen. Wir haben gelernt, viele haben als kleine Jungen gelernt, Sei stark, sei hart, sei hier oben, aber nicht hier. Spülen, Emotionen, das ist Schwäche. Und Schwäche ist negativ. Da müssen wir drüber hinaus. Denn eine Sache ist auf jeden Fall klar. Emotionale Schmerzen, und das haben die in der Medizin und der Wissenschaft nachgewiesen, Tun genauso weh wie ein verfickter Beinbruch. Wie als würdest du die hier in den Arm reinritzen. Das sind Schmerzen, die auf deinem Nervensystem genauso wirken, wie eine tatsächliche Verletzung. Und wenn du als Mann dich dazu entscheidest zu sagen, Ich will das nicht spüren, ich trinke jetzt ein und ich spiele Computer und ich lenke mich irgendwie ab. Dann entscheidest du dich dazu, diese Emotionen in dir zu behalten. Und die machen dich krank. Die machen dich nicht nur krank, die machen dich emotionskalt. Und du musst dich nicht wundern, warum du ständig an sie denken musst. Du musst dich nicht wundern, warum du dich auf keine neue Frau einlassen kannst, wenn du dich nicht, und ich weiß, das ist nicht das Eif, was du hier rumkümmerst. Um dieses Ding, um dieses Herz, um deine Emotionen als Mann. Und die erste Emotion auf diesem Weg, um die du dich kümmern musst, ist deine Trauer. Ist dein Weinen. Das ist dieses Gefühl, dass du etwas loslassen solltest, müsstest, was jetzt ansteht, aber du nicht loslassen willst. Du willst nicht wahrhaben, dass sie dich verlassen hat. Und wenn du das nicht wahrhaben willst, wenn du gegen die Realität argumentierst, dann hast du Trauer. Und das ist jetzt nicht einfach, dass du sagst, okay, gut, dann habe ich halt keine Trauer, dann lasse ich sie jetzt los. Nee, das funktioniert nicht. Es funktioniert, indem du dich der Trauer hingibst. Emotionen sind keine Dinge, die kontrolliert werden müssen. Emotionen sind Dinge, die gelebt und nach außen gebracht werden, damit sie gehen dürfen. Was das heißt? Heule, was das Zeug hält. Wenn du einen guten Kumpel hast, fahr zu dem, heule dich aus. Das ist so heilend. Ja, wir machen uns als Männer schwach. Wir machen uns als Männer verletzlich. Viele Männer haben die Angst, dass gleich jemand kommt und die prügelt, nur weil sie weinen. Weil viele von uns genau das erlebt haben. Dass wenn es uns schrecklich ging, wurden wir getreten. Manche Männer, die wurden, wenn sie überbehütet wurden, wurden auch so, oh ja, mein Armer, haben für ihre Trauer und ihre Tränen ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Die kommen ganz einfach in ihre Tränen rein. Die kommen in die nächste Emotion nicht so gut rein. Aber das erste Wichtige ist, wenn du Trauer spürst, heule wie ein Schlosshund. Mach dir einen traurigen Liebesfilm an, hab die Taschentuchpackung nicht zum Wichsen, sondern zum Weinen da und heule dich aus. Die zweite Kernemotion ist die Wut. Und während die einen Männer sich nicht trauen, in die Trauer reinzugehen und meistens dann eher viel schneller in die Wut reingehen, trauen sich manche Männer nur zu heulen und zu heulen und nicht zu spüren, was da für Wut dahinter steht. Weil wenn dich, wenn du verlassen wurdest und du spürst Trennungsschmerzen, dann ist das teilweise auch einfach nur so ein Ich breite jetzt hier nicht die Wohnung zusammen. Aber ich habe ein Video, was tatsächlich schon sehr alt ist, wo ich in den Wald gegangen bin und einfach mal die Wut rausgeschrien habe. Ich würde gerne ein neues machen. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, bevor ich in den Urlaub reingehe. wo ich einfach mal demonstriere, dass es okay ist, seine männliche Aggression, seine Wut rauszulassen. Die Wut gibt dir die Botschaft, dass du deine Grenzen setzt. Dass du sagst, du wurdest verlassen und ich will dich nicht mehr sehen. Ich will mich um mich kümmern. Geh in den Wald. Such dir einen, muss ein bisschen vorsichtig sein, such dir einen morschen Ast und prügel auf den Boden ein. Bitte nicht mit einem richtig fest, gerade runtergefallenen Stock. Da kannst du dir die Hände wehtun. Habe ein paar Erfahrungen gemacht. Bitte nicht auf Bäume einprügeln, weil du könntest die Rinde so krass verletzen, dass der Zuckerfluss nicht mehr stattfinden kann. Der ganze Baum stirbt ab, weil du dich halt ausreagieren musst. Prügel dich ab. Schrei dich raus. Werf dich auf den Boden, wenn du zu Hause bist und gerade nicht in den Wald kommst, auf eine Matratze und prügel raus. Hol deine Wut raus. Das ist die zweite wichtige Kernemotion. Weil die Trauer, der Trennungsschmerz, das ist kein Schmerz des Ah, mir tut was weh, sondern es ist der Schmerz des Wegdrückens der Emotion. Und die Wut sagt, du kleine Mist-Dreckschlampe, weg! Ich hier meine Grenze. Und was hinter dieser Wut ist, was hinter fast jeder Wut ist, gerade bei cholerischen Überreaktionen, ist die Angst. Du brauchst dich nicht wundern, dass die Menschen, die am wütesten, am meisten wütend werden, die Menschen, die sind, die so eine extrem tiefe Angst in sich tragen. Das sind Menschen, denen irgendwas Schlimmes passiert ist in ihrem Leben und die sofort, sobald sowas kommt, sofort rausschießen damit und sich verteidigen müssen, damit sie ja nicht an diese Angst rankommen, diese Todesangst, die dahinter steckt. Und wenn du verlassen wurdest, dann kannst du Angst in dir tragen. Angst, dass du verlassen wirst, dass die Mama dich verlässt. So viele Männer, die emotionale Verstrickungen mit ihrer Ex-Freundin noch haben, wurden eigentlich nicht nur von ihrer Freundin verlassen, sondern da gab es eine emotionale Verflechtung, aus der meistens auch tatsächlich die Beziehungen zu Bruch gehen. Alte Mama-Beziehungsverflechtungen. Als Kind werden wir geprägt, wenn wir als Kind nicht gesäugt oder nicht genug gesäugt wurden oder auf diese Welt kommen und erstmal in den Intensivbereich verlegt werden und die Mutter darf nicht zum Kind. Dann kriegt das Kind einen Schockzustand. Einen Schockzustand, eine Schock und Angst. Ach du Scheiße, eben gerade war ich noch im warmen, behüttelten Nahrung kam durch die Nabelschnur. Alles ist super, ich komme raus und werde in irgend so ein Ding gepackt. Ich werde irgendwie am Leben erhalten und das macht einen richtigen Schockzustand. Dadurch kommt richtig Angst in die Kinder rein. Durch die Art und Weise, wie heute unsere Kinder immer noch geboren werden, das ist schon besser als früher, aber da werden die gepikst mit allerhand Zeug und ja, den Kind das überlebt. Aber ob es denen gut geht, ob es einen Schock bekommt, scheißegal. und es kann sein, dass dadurch, dass deine Freundin, deine Frau dich verlässt, genau diese Angst getriggert wird. Diese Panik und mein Fuck, ich sterbe hier gleich. Und vielleicht sitzt du vor diesem Video und denkst dir, was ist denn das für ein Zeug? Ja, das ist dann Emotionen, die in uns drin sind. Und wenn ich mit Leuten im Coaching arbeite, die irgendwie kommen, mache ich für Frauen ansprechen, für meine Ex wieder zurückfinden, dann sind das keine logischen Sachen, dann geht es an diese Emotionen ran. und darum geht es. Das ist der Kern, der Kernpunkt der Veränderung. Und wenn du dich traust, den Mut hast, diese Angst zu spüren, diese Panik zu spüren, oh mein Gott, ich könnte allein sein, oh mein Gott, was ist, wenn ich hier sterbe, oh mein Gott, sie hat mich verlassen, finde ich niemals wieder eine neue. Wenn du diesen Mut hast, das zu spüren, dann bist du stärker als jeder cholerische, brödende Wichser da draußen. Dann bist du stärker und bist du ein krasser Mann, der Kontakt zu deiner Emotionen hat und wo sich was verändert und wo dieser Schmerz dann gehen kann. Was manchmal auch noch vor der Angst liegt, ist die Scham. Manchmal ist es nicht die Wut, sondern die Scham. Oh, ich habe was Falsches gemacht. Oh, ich bin ein Versager. Ich bin schwach. Und so viele Männer von uns, die darauf getrieben wurden, immer stark sein zu müssen. Und die spüren, sie wurden verlassen und sie kommen in eine Situation, die können sie nicht kontrollieren. Sie fühlen sich schwach und elendig. Und wenn du dich als Mann dieser Schwäche nicht hingeben kannst und immer der Starke sein musst, immer alles kontrollieren musst, dann schneidest du dich hier oben von den Emotionen ab und musst dich nicht wundern, warum du als emotionaler Holzklotz wahrgenommen wirst. Dann musst du dich nicht wundern, warum du dich nicht neu verlieben kannst. Dann musst du dich nicht wundern, warum dein Gehirn die ganze Zeit irgendwelche Bilder reingibt und wie du deine Ex zurückbekommen kannst und, und, und. Weil das, was ansteht, ist eine Emotion in dir zu spüren und das ist die Scham. Das ist die Scham, das Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Das ist die Scham, Fehler zu haben. Das ist die Scham, etwas falsch gemacht zu haben. Das ist, sich klein, minderwertig und wie ein Trottel zu fühlen. Also fühle das. Fühle die Schwäche. Sonst geht sie nicht. Einige Männer fühlen auch fünfte Kerneemotion, Schuld. Sie haben das Gefühl, es liegt an mir. Ich habe sie vertrieben. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin falsch. Ich bin komisch. Es ist mein Fehler. Ich, wenn ich nur anders wäre, ich bin schuld. Ich fühle mich schwach. Emotionen davor. Was kann ich nur machen? Und die Schuld gibt dir einfach nur so. Sie versucht, dich wach zu rütteln. Dir zu zeigen, dass vielleicht nicht alles an dir liegt. Aber dass du spüren darfst, diese ganze Dramatik. Oh, ich habe was falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht. Als Kinder lernen wir Schuld. Wir werden auch häufig über Schuld motiviert. Oh, Mama ist jetzt aber traurig, wenn du das nicht machst. Und wir Kinder lernen, wenn ich, oh, Kind ist jetzt traurig, wenn Mama nicht diese Musiligkeiten gibt. Dann lernen wir. Dann fühlen sich die Mütter schuldig, die Kinder schuldig, die Väter schuldig. Und das ist eine Motivationsspirale, die so richtig, richtig scheiße ist. Wenn du nicht durch dieses Gefühl der Schuld gehst und durchgehen bedeutet, präsent sein im Fühlen. Spüre, dass du bist nicht dein Geist. Du bist nicht dein Körper, in dem du die Emotionen spürst. Du bist vielleicht der Beobachter, der immer da ist. Und mit diesem Beobachter und dieser Präsenz alle Schuld zu spüren, gibt dir die Möglichkeit, diese Emotion, dieses Gefühl gehen zu lassen. Zu spüren, wie du glaubst, alles liegt an dir und gehen lassen. Dadurch entspannt sich hier oben das. Nicht indem du versuchst, irgendwelche Sicherheitssysteme zu bauen, damit du nie wieder einen Fehler machst. Sondern indem du dieses Gefühl der tiefen Schuld spürst. Die Erbsünde, die Christen nehmen das sehr, sehr gerne. Nicht alle. Aber es ist einfach nur ein schönes Bild dafür. Diese Schuld spürst und gehen lassen kannst. Und wenn du sie gehen lassen kannst, dann bist du frei. Wirklich frei. So frei, wie du sein kannst, wenn du die sechste Kernemotion, die Einsamkeit spürst. Und Einsamkeit ist hart. Einsamkeit kann so krass sich anfühlen. Einsamkeit ist die Todesangst, die dahinter liegt. Wir alle haben als Kinder die Erfahrung gemacht, weil es vollkommen normal ist, dass die Mutter nicht 100 Tage von 100 Tagen für uns da ist, komplett mit ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Liebe, all ihrer Fürsorge und das noch entspannt. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, des Getrenntseins. Das ist die Grunderfahrung, die wir machen, wenn wir geboren werden. Wir müssen die Erfahrung des Getrenntseins machen, damit wir eigenständig diese Welt erobern können. Die können wir nicht erobern, wenn wir als erwachsener Mann immer noch im Bauch der Mutter sind. Sondern wir müssen uns trennen. Wir müssen uns körperlich trennen von der Mutter durch die Geburt. Wir müssen uns trennen, indem wir als Männer unseren Fokus von der Mutter auf den Vater legen. Und wir müssen uns trennen, indem wir von zu Hause ausziehen. Und jedes Mal, bei jeder einzelnen Trennung, spüren wir Einsamkeit. Spüren wir so, fuck, wenn ich das jetzt mache, ob ich dann überlebe? Weil unser soziales Gehirn verbindet Alleinesein mit Gefahr. Wir sind als Gruppe stark. Ich allein gegen einen Säbelzahntiger und das ist tief in unsere Genetik einprogrammiert. Alter, keine Chance. Ich und meine 40 besten Dudes aus meinem Stamm. Sieht schon anders aus. Einsamkeit ist gefährlich. Aber auch dieses Gefühl, diese Kernemotion muss gespürt werden. Du musst dieses Gefühl der Einsamkeit spüren, indem du wieder präsent bist, indem du mitbekommst, dass du eigentlich gar nicht einsam sein kannst. Nicht, weil überall Menschen um dich herum sind, weil du überall Menschen kennenlernen kannst, sondern weil du immer für dich da sein kannst. Hast du schon mal bemerkt, dass immer jemand da ist? Der Beobachter nennt es seine Seele, den Geist. Also nicht den Geist hier oben, sondern der, der immer da ist. Wenn du deine Augen schließt, da ist immer etwas da. Du bist immer verbunden. Die einen nennen das Gott. Die anderen nennen das die Weltenseele. Die anderen nennen das Biologie. Du bist immer für dich da. Du kannst immer für dich da sein. Du bist nie wirklich einsam. Aber doch darfst du mit dieser Präsenz des nie wirklich einsamseins, der Fähigkeit jederzeit eine neue Frau kennenlernen zu können oder diese Fähigkeit zu erlernen. Jederzeit Freunde kennenlernen zu können oder diese Fähigkeit zu erlernen. Mit diesem Gefühl der Präsenz, dass du niemals einsam sein musst, dieses Gefühl der Einsamkeit spüren. Und die Angst, die dahinter ist. Wenn du das machst, was auch immer deine Kerneemotionen sind, dann gehen diese Emotionen durch deinen Körper. Du drehst durch, du merkst die Ekstase, heulst, du schreist, du dann ist gut. Dann ist auch gut mit der letzten Emotion der Enttäuschung. Weil Schmerzen entstehen immer dann, auch gerade emotionale Schmerzen entstehen immer dann, wenn du gegen die Realität argumentierst. Also wenn du sagst, so wie es ist, sollte es nicht sein. Leiden entsteht nie, nie durch Angst. Dadurch, dass du Angst fühlst oder dadurch, dass du Trauer fühlst oder dadurch, dass du Wut fühlst. Das sind erstmal Emotionen, das ist wie Freude oder Trauer, das sind erstmal Emotionen, die dein Körper spürt. Leiden, und das ist ein Kernelement, was ich mal für mich herausgefunden habe, Leiden entsteht, indem wir gegen die Realität argumentieren. Indem wir sagen, das wie die Welt ist, sie sollte nicht so sein. Indem wir sagen, ja, ich hätte mir eigentlich was anderes gedacht und ich bin enttäuscht. Das heißt, mir ist meine eigene innere Täuschung aufgeflogen. Ich bin enttäuscht und ich sehe jetzt die Wahrheit und ich spüre diese Enttäuschung und bleibe wieder präsent. Dann geht auch die Enttäuschung. Dann lernst du, dass du das, was ist, wenn du es annimmst, dass es dahinter kein Leiden mehr gibt. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal wirklich gelitten habe. Ja, ich habe Trauer gefühlt, Wut gefühlt, ich habe Angst gefühlt, aber ich habe aufgehört zu leiden. Mein Leben ist durchgängig positiv geworden. Nicht, weil ich mir um mich herum in meinem Geist alles organisiert habe, dass mir ja nichts passieren kann, sondern indem ich aufgehört habe, gegen die Realität zu argumentieren. Und wenn du aufhörst, gegen deinen Trennungsschmerz zu argumentieren, sondern ihn fühlst, egal ob es Trauer, Wut, Angst, Einsamkeit ist, wenn du da präsent durchgehst, also da bist mit dir selbst, während du die Emotionen spürst und gerne schreist und Holz, was das Zeug lädt. In dem Moment verlassen dich die Trennungsschmerzen. Sei frei, sei geil, sei Mann.